Hier vorne waren ein paar Bussarder, Bussard, Adler, vielleicht 5 oder 10 Stück, aber ich habe jetzt nicht extra angehalten, um sie aufzunehmen. Hier kann ich jetzt nicht viel aufnehmen, aber neuer Schnee gehört auch zur Natur. Wir haben den 26. November 2021. Ich bin hier gerade in Helbuil. Vielleicht wird es jetzt im nächsten Monat weniger Naturvideos geben, aber wenn ich das irgendwie nicht bekomme, dann mache ich das gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.